Wie kann ich Ihnen helfen? Sie sind ein Held! Wie war der Name? Schubert. Frank Schubert. Sie erinnern sich aber schon, oder? Natürlich erinner ich mich. In Ihrem Kopf steckt die Kugel. Was? Wir haben natürlich versucht, seinen Erinnerungsspeicher zu knacken. Ach, Medikamente, Hypnose, unzählige Sitzungen mit unzähligen Psychiatern, nichts, nichts. Aufwand, Polizei! Es waren Profis. Und Sie, Sie sind Auenprofi. Dann sagt Ihnen die Operation Schattenkriege auch nichts. Wenn Sie Dreck anstecken, dann kriege ich das raus! Scheiße! Wir brauchen eine kranker Waage beim Recyclinghof. Das hier ist aber kein Film. Kommando zurück. Gleiche Waage tut es auch. Sein oder nicht sein, ich habe noch mal eine Frage. Polizei! Schneiden Sie es raus, bitte! Ihr wurde jetzt zugesichert, dass das alles bereinigt ist! Was? Was soll ich dir glauben? Du erzählst mir doch nichts! Letztendlich kommt es halt doch auf die Action an! Ihr habt mir gesagt, dass ich die verlassen muss. Ihr habt gesagt, dass ich Wasser lassen muss. Was? Sie sind? Was? Wir haben die! Wir haben die Prognose. Wir haben die Prognose. Weiterellrn oder das, liebe achievements! Lebensproduz! Die Prognose. Wir müssen hier? Das war die Notwendigkeit. Wir haben die Prognose. Wir haben die Prognose. Vielen Dank.